As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. In diesem Video lernen wir die Ayah Ar-Rahmanir-Rahim. Die Wörter dieser Ayah haben wir bereits bei der Basmala gelernt. Dennoch gibt es Sachen, die zu beachten sind. Das erste ist, dass die Hamza hell ist. A. Wir sagen Ar-Ra und nicht Ar-Ra. Das Ra ist wie gehabt dunkel und verdoppelt. Ar-Ra. Beim Ha haben wir einen Luftfluss. Ar-Rahmani. Das helle Mim. Ar-Rahmani. Und dann der Übergang zu Ar-Rahim. Wie gehabt. Ar-Rahim. Nicht vergessen. Aus dem Mund und nicht aus der Nase. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Zum Abschluss nochmal die gesamte Ayah. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Vielen Dank.